Willkommen zurück zu Breeze Edge. Wir befinden uns in der Militär, also im Militärmodul und schauen uns hier mal hinter verschlossenen Türen mal um. Ähm, beziehungsweise das war noch gar nicht die verschlossene Tür. Ich glaube, wir kommen immer noch nicht in die verschlossene Tür rein. Warum auch immer. Wollen wir gleich mal gucken. Ich hoffe tatsächlich, dass es hier drinnen nicht auch Personal gibt, weil ich habe tatsächlich keine Waffe mehr dabei. Und so viele Medikits, die man hier findet, macht mich das schon ein bisschen stutzig. So ein bisschen. Aber wir haben auch sehr viel Gestächungsgeld, also es sieht noch gut aus. Und, und, äh, Alkohol haben wir. Ja, ich glaube, ich schmeiße das mal alles raus. Wir können das ein andermal holen. So. Okay. Wo ist der Decoder? Achtung, okay. Hello, lol, deb. Gibt's hier Gamer Girls? Also, Mauer, wie geht's? Deine Mutter. Okay. Äh, kann ich mitmachen, Leute? Nee, Hauptidiot. Äh, äh, los. Ich hab das Spiel entwickelt. Okay, aber nicht füttern, du Noob. Ach, Fiden. Okay. Oh, flache Lampe? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Überlegung wert, dass auch wirklich, äh... Diesmal habe ich auch durchgelesen, dass da stand, dass ich es auch öffnen kann. Okay. Oh. Okay. Was ist hier los? Äh, die experimentellen Raumanzüge aus Cedar wurden auf die Kapitänsbrücke gebracht, da du, Genosse Leszinski, sie mit absoluter Nachlässigkeit behandelst. Bis du das Handbuch über die Cedar, das ich diesem Brief beigefügt habe, gründlich studiert hast, wirst du und dann mit einigen, äh, einigen Kostümen für Kinderaufführungen von dir betraut. Versuch wenigstens, die nicht kaputt zu machen. Irina. Äh, Raumsteller, Raumsteller. Geil, Raumanzugsständer. Ja, genau das wollte ich doch die ganze Zeit haben. Jetzt fliegen die nicht immer überall rum, sondern ich kann die einfach da so reinstellen und mich freuen. Dass ich, dass ich, dass ich mit Raumanzüge alle sortiert habe. Wofür hat man denn sonst das riesige Wohnmodul? Wisst ihr, was ich meine? Genau dafür, würde ich sagen. So. Ach, da. Kleines Transportmodul. Ach, braucht keiner. Ich habe doch schon das Große. Wie viele Fahrzeuge will ich denn haben? Ich hoffe ja mal zwei reichen. Okay, wir kommen hier. Exit. Ach, hier waren wir schon. Okay, hier geht es wieder raus, ne? Wir waren hier ja schon. So. Oho. Kleiner Schubladenschrank. Okay. Hä? Ne, hier war... Hä, waren wir hier schon? Ich kann doch eigentlich jetzt hier überall rein. Ich habe doch die, die, die Karte. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh nein, Inventar ist voll. Mensch, wir müssen... Das heißt, ich muss irgendwann wieder hierher kommen. Ich hoffe... Das bleibt doch alles so. Ey, ich habe so... Also, ich habe schon ein bisschen Schiss, dass hier die Sache schief gehen könnte. Kann ich das nicht scannen? Schade. Oh, hier sind die Kinder, denkst du, ne? Ach, nee, ich war hier schon. Bin ich fertig, oder was? Ich stelle und rüste den Cedan aus. Okay. Das ist wahrscheinlich so der letzte Step. Okay, 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 okay. So. Dann, äh... Ja, okay. Wie gesagt, ich habe ja sowieso noch die ganzen Sachen hier. Oh. Was ist hier? Ein Gasleck wurde festgestellt. Die Türen sind verschlossen. Was heißt, ich muss das Gasleck erst reparieren, oder was? Um da reinzukommen. Nö. Ha. Oder es ist halt so gemacht, damit man da einfach nicht weitergeht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt schnell raus und schnell heim. Ohne uns hauen zu lassen. Ja. Wir werden hier sowieso noch alles erkunden müssen. Beziehungsweise denke ich mal, mache ich das ohne euch? Nö. Nein. Ähm. Ja, kein Strom. Ich denke mal, da sollte man nicht hingehen. So. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich da nicht rein kann. Wieso eigentlich nicht? Müsste doch irgendwo da lang in der Tür gehen. Ha. Ha. Ne. Geht aber nicht. Ganz komische Sache. Okay. Ich will jetzt ja auch nicht ewig, ähm, die Kinder zedern. Äh, 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 okay. Äh, sieht, sieht super aus. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Sieht super aus. Okay. Wir fliegen nach Hause. Wir sind jetzt hier fünfmal durchgelaufen. Fünfmal haben wir nichts Neues gesehen. Also fliegen wir jetzt nach Hause. Gut. Ich will hier weg. Lasst mich hier raus. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht. Bleibt die Tür mir jetzt permanent offen? Ha. Ich weiß nicht. Wo ist mein... Haben... Ach da. Gott. Ich will gerade sagen, wo ist mein Ding? Ich will... Einfach nur weg hier. Ich werde auf jeden Fall mir nochmal eine Waffe herstellen und auf jeden Fall nochmal herkommen und, äh, die ganzen Dinger auf jeden Fall abknallen. Ja. Und ich denke mal, wenn ich jetzt den Cedan, äh, Raumanzug herstelle, sind wir durch. Sind wir durch. Dann, äh, haben wir die sechs von sechs. Das heißt, wir haben das zweite Kapitel durch. Dann sind auch immerhin zwei Kapitel übrig. Ihr dürft mir sehr gerne in den Kommentaren schreiben, ob es euch noch Spaß macht, zuzugucken. Aber ich denke mal, diejenigen, die gucken, die haben auch Spaß dran. Äh, Mima schreibt ja ab und zu, äh, GTT Gaming schreibt ja ab und zu. Ähm, aber ansonsten sieht es nicht so aus, als hätten die Leute Spaß dran. So. Ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich, ähm, die, die, äh, Arbeitsdings, Bums, Dings hier wegtun. und werde daneben, ich glaube, so werde ich es machen, ich glaube, ich werde daneben nochmal ein Service-Modul machen. Schade, dass man hier nichts einlagern kann und hier beim Bett kann man auch nichts in die Kiste packen. Schade. Schau dir die. Wenn er, wenn er so, das hört sich irgendwie immer so an, als hätte er irgendwie Raucherhusten oder Raucheratmung. Okay, äh, viermal Aluminium. Ach, okay, Bleilackierung müssen wir holen. Müssen wir holen. Ähm, ich würde aber sagen, das mache ich schnell ohne euch, oder? Ich habe immer, ich habe immer, ich habe immer so gemischte Gefühle, aber ich glaube, wenn es einfach wirklich nur hinfliegen, farben, wieder zurückkommen ist, da, ja, was soll ich sagen? Das ist, glaube ich, nicht super interessant für euch. Aluminium kommt woanders hin. Wie kannst du not? Einmal Bleilackierung habe ich noch. Ich werde auf jeden Fall Farbe und Blei holen. Ich glaube, da fliegen auch noch, äh, normale Bleilackierungen rum. Äh, werde ich jetzt mal machen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe jetzt alles zusammen, damit wir den, äh, herstellen können. So, den, äh, Zedernanzug. Hat auch nur fünf Jahre gedauert oder so. Nein. So, den Dokumenten zufolge sollte der Zedern-Raumanzug zu einer Sensation geworden sein, der er in puncto, okay. Okay, ist vielleicht, äh, darüber gehen die drei? By the way, did you notice that you fast the third chapter? I think I forgot to display the text about it. Lol. Lol. Okay. Ah, Kapitel 3, die Normandie. Genau. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. So, wir speichern. Und, äh, dann abgeht's in die Normandie. Ist dir aufgefallen, dass du Kapitel 3 übersprungen hast? Natürlich ist mir aufgefallen. Ich habe übrigens auch eine neue Blaster hergestellt. Moment, ich muss das Aluminium, äh, ich möchte das Aluminium hier, Aluminium hier lassen. Ähm, ja. Oh Gott, ich hasse es. Kein Leck? Gut. He he he. So, was fehlt uns? Wir haben einen Bohrer. Der Greifer ist fast kaputt. Ich glaube, ach nee, das mache ich so zwischendurch. Wir fliegen jetzt immer zur Normandie hin. Ja, drei, drei, zweimal atmen. Sollte uns eigentlich alles reichen. Sollte eigentlich alles reichen. Sollte eigentlich alles gut gehen. Es wird, es wird alles gut gehen. So. Ah, Treibstoff. Ne, Treibstoff müssen wir herstellen. Also, bei aller Liebe, aber Treibstoff müssen wir herstellen. Ihr habt es gesehen. War nicht mehr viel. War nicht mehr viel. Das Ding ist scheiße. Entschuldigung. Ähm, sehr bescheiden. Ich kann da nämlich nichts reintun. Ich war so traurig, als ich das fertiggestellt habe. Wirklich, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ich kann da nichts reintun. Ich kann halt einfach, das ist wie im alten Raum Schiff, das halt einfach nur anzeigt. Ich kann die aber nicht wirklich da reintun. Oder dort lagern. Ja, das ist ein bisschen schade. Finde ich sehr, sehr schade. So, zwei, vier, sechs, acht. Okay, und dann hier. Zwei, vier, sechs, eins. Zu viel. So, wir stellen jetzt ein bisschen mehr Treibstoff her. Wir können es ja auch einfach mit uns, ja, voll mit uns tragen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt gerne. aufgrund meiner schlechten Schusskünste habe ich mir drei Waffen hergestellt. Zwei habe ich jetzt dabei. Ich wollte auf jeden Fall nochmal eigentlich zurück zu dem Schiff da hinten und dann piu, 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 alles umlegen. Das, das werde ich auch, denke ich, mal machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit euch zusammen mache. Ich glaube eher weniger, weil wir haben ja jetzt neue Sachen, die wir angehen. So. Ah, stopp, warte. Treibstoff, ja, okay. 25 wird ja immer befüllt. Das wäre jetzt blöd, wenn ich, das wäre jetzt nicht klug. Okay. Ich bin mal gespannt. Wenn wir jetzt da in die Richtung fliegen, werden wir bestimmt irgendwie, ähm, irgendwelche Sachen haben, wo wir auch mal atmen müssen. Ähm, das Einzige, was ich gerade am überlegen bin, durch die ganzen Stromdinger, hätte ich vielleicht, also durch diese Generation, mhm, wäre vielleicht klug gewesen, wenn ich den, äh, Technikeranzug mitgenommen hätte. Aber, hat er hier, der Komfort, äh, alle Prototypen verbrannt wurden, was der Anleitung übergläsend ist, sind einige Fehlungen darüber, wie man das strahlungshemmende Futter des Anzugs verstärken kann. Okay. Also es ist nur strahlungshemmend, es ist leider nicht, ähm, auch Stromabsorger, also, äh, äh, ne, wie die anderen. Naja. Das heißt, wir können hier auf dem Weg nicht atmen. War mir hier schon bestimmt. Ja, das war das mit dem, äh, Marmeladebeschmierten Loch, wo auf jeden Fall keine Kinder ums Leben gekommen sind. Die sind natürlich durch dieses Marmeladebeschmierte Loch gekrochen. Alles gut, denen geht's gut. So. Ein bisschen umgucken. Aber schon krass, dass ich mittlerweile so viel Sauerstoff hab, dass ich einfach 3000, ähm, reisen kann, ohne eigentlich Probleme, wenn man's so sieht. jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist auch nichts mehr, ne. Nur noch das da. So ein Riesenpropeller. Ich will da jetzt auch immer um die Ecke gucken, bevor ich da reinfliege. Ich hab mich ja jetzt die ganze Zeit davor gedrückt, weil sie ja auch gesagt hat, äh, von wegen, dass es sehr, sehr gefährlich ist. Ah, ich hätte vielleicht Bestechungsgeld mitnehmen sollen. Weil ich glaube tatsächlich, dass ich Bestechungsgeld dafür brauchen werde. Bestimmt muss ich die irgendwie bestechen und, oh nee, jetzt hab ich kein Bestechungsgeld dabei. Ähm, ja, aber ich hab doch, äh, was? Ihr habt doch jetzt, ich bin doch jetzt gut sicher, oder nicht? Ich glaub, wir haben hier auch noch mal Fleischstücke, oder? Das ist Harz. Nächstes Metall. Okay. Wir gucken uns auch mal unten erstmal um. Ob wir vielleicht irgendwas zum Atmen haben. Ach, könnte auch immer noch so sein, dass es irgendwo da vorne ist. Alle Waffen hier sind, sind scharf geschaltet. Habt ihr das gesehen? Ich war's nicht. Ich bin halt richtig schlecht. Oh Gott. Es war halt richtig unklug. Okay. Wir haben da erstmal hier, ist ja eine Waffe, ne? Okay. Ähm, nee, nee. Äh, sind keine, ich dachte, das wären diese Schussanlagen. Okay. Oh, hier hätten wir auch nochmal Alkale. Oder? Ja. Wir werden es aber rausfinden. Oh, das... krass. Wie können wir das Ding reparieren? Oh, wow, okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Steuerrad. Oh, schade. Werden wir hier echt... Ach, erzähle nicht. Ich habe mir gerade hier noch so eine Basis gebaut. Kannst du auch noch Rezepte... Ach, da hinten wird angezeigt, was wir herstellen wollen. Ah, krass. Und dann kannst du das hier bei Inteoretik benutzen. Ach so, ach so, ach so, ach so. Okay, was haben wir hier? Stirb bitte. Ah, an den Kapitän der Normandie von seinen schlimmsten Feinden. Stirb bitte. Ähm, okay. Sag mir bitte... Ach nö, sag mir bitte nicht, dass ich hier die Unterhosen hinhängen kann. Das wäre doch genial. Kann ich die? Schade. Ich sammle doch Unterhosen. Mensch. Okay, ja, krass. Na, dann haben wir jetzt ein bisschen was rausgefunden, ne? Dann, äh, stellen wir mal das Steuerrad her. Äh, so. Folgendermaßen. Folgendes wird jetzt passieren. Ich guck mich jetzt nochmal um mit euch zusammen. Also doch! Diese Roboter, die haben hier gekämpft. Ich guck mich jetzt. Es ist Thunder 16. A true veteran in the world of space weapons. A magnetic railgun, tortscompensation and a unique shell with a miniature accelerating mechanism. Okay. David. However, I must admit that throwing crushed stones at the enemy would be much more efficient. Judging by the traces of the struggle, she was a real warrior and a professional. One of the strongest in the team of Normandy. A real hero. Oh, Mann. Also haben die hier gegen diese Roboter da gekämpft. Ich bin gerade übelst geflasht. Oh, da oben ist noch was. Also ich gucke mich jetzt mal hier um. Wir wissen ja mittlerweile, was wir zu tun haben. Aber dass ich jetzt wirklich meine Basis zurücklassen muss, macht mich schon ein bisschen traurig. Okay. Ist hier noch was? Nee, oder? Oh, nee, die Puppe. Okay. Ansonsten würde es hier auch dann angezeigt werden, wenn dann noch was wäre. Okay. Also, wir haben da oben... Das sind wahrscheinlich die Dinger, die ich irgendwie aktivieren muss oder so. Um dann das Schiff abzuschießen. Ah, Steuerelemente reparieren. Das sind halt immer noch zwei Haltbarkeiten. Da brauche ich wahrscheinlich mehr, oder? Sehr schön. Brauche ich nur einmal. Okay. 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 Das heißt, ich kann zwei reparieren. Wie viele brauche ich? Drei Stück wahrscheinlich oder so. Wahrscheinlich. Da ist noch eins. Da ist noch... Ja, okay, gut. Ich werde auf jeden Fall noch einen der Reparaturdings... Aber wir werden sowieso gleich zurückgehen. Beziehungsweise, ich werde zurückgehen. Und ihr seht einen kleinen Schnitt. Da war ich schon. Und dann sehen wir uns hier wieder in aller Frische. Wenn ich... Zack. Hallo. Könntest du mal bitte... Ja, ich weiß. Ich habe aber leider keine Reparatur mehr. Ich habe... Aber ich könnte vielleicht einen herstellen. Wir haben ja hier noch Alkale. Die könnte ich ja sicher farmen. Metall haben wir hier auch. Soll ich das jetzt mal herstellen? Aber wir müssen das Ding ja auch noch reparieren. Wir haben ja hier... Ja, 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 ja. Ich will, ich will, ich will, ich will. Na, wehe. Wehe, du kannst das nicht scannen. Wehe. Du scannst das Ding, bitte. Du sollst das scannen. Du sollst das Auto scannen. Wieso? Nein, tu das nicht, bitte. Oh, das ist so mies. Das ist so mies. Mir fehlt halt nur noch einmal. Und ich kann es hier nicht scannen. Das ist echt so mies. Vielleicht finde ich ja hier noch eins. Okay. Krass. Okay. Rein da, rein da, rein da. Alles gut. Alles gut. Okay. Also. Nur für Mitarbeiter. Also ich, äh, muss das jetzt tun. Okay. Einfach, weil da steht, nur für Mitarbeiter. Kann ich? La, 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 la. Weil ich sie nicht benutzen darf, ne? So. Hier ist nichts passiert. Ihr habt nichts gesehen. Wenn die schon so frech sind und sagen, nur für Mitarbeiter, dann muss ich das tun. Okay. Also, wir haben da Alkale. Ich glaube, das ist hier absichtlich, damit man immer noch die Möglichkeit hat, sich notfalls was herzustellen. Wir können tatsächlich ein Alkale. Ja. Dann, ähm, brauchen wir das hier. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles brauche. Aber ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass ich das hier alles finden werde. Alles, was ich brauche. Was haben wir hier? Oh. Uiuiui. Okay. Das ist eigentlich der Wahnsinn, wie die hier gegeneinander gekämpft haben, ja? Okay. Moment. Der hat gerade gesagt, da ist... Wo ist hier eins noch fast intakt? Hat er gesagt. Hat er gesagt. Da wäre noch einer fast intakt, da, der hier. Kann ich mit dem irgendwas machen? Ah, hier. Ach, ich habe einen Blaster gefunden. Nice. Naja, jetzt hätte ich 500.000 dabei. Ah, das ist ja schon wieder so ein Hinweis, dass ich das brauchen könnte. Okay, ich war hier am gucken, ob der irgendwas hat. Nee. Er war nur... Der war einfach nur aus Gold. Das war so der Anführer. Ach so, und die denken, ich war jetzt hier im Kampf dabei, oder was? Hm. Sollen sie mal ruhig weiter denken. So, hier war ich ja auch. Das war ja die Frau, die da gekämpft hatte. Okay, dann gehen wir mal gucken, was wir brauchen. Moment, oder wir gucken jetzt schnell. Ausrüstung, Werkzeuge. Und da haben wir... Das ist der Reparator. Aluminium. Aluminium. Aluminium könnte schwer werden. Aluminium könnte schwer werden. Ah, wir haben zwar den Bohrer. Aber ich habe tatsächlich... Oh, Moment. Moment, Moment. Ha, Aluminium. Nice. Zack. Okay, dickes Isolierband. Hm. Hm, hm, hm. Äh, kannst du auch sagen, kaputter? Das wäre halt auch... Buchweizen. Wo hast du die bereits? Danke. Leider, das Auto nicht. Es wäre so schön gewesen, wenn sie mir das Auto gegönnt hätten. Aber die gönnen mir das Auto nicht. Schlimm. Okay, wir könnten hier auf jeden Fall noch einen Generator holen. Das heißt, wir werden wir vielleicht auch noch brauchen. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal hier zusammen um. Oh, oh, oh. Stopp, 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 stopp. Okay. Er weiß also nicht, worüber das Buch ist. Alles klar. Da gehen wir jetzt mal nicht rein. Hier haben wir auch nichts. Ich glaube, tatsächlich, wir sind... Wir sind durch. Ich würde sagen, ich hole jetzt mir noch Sauerstoff. Äh, da. Und dann fliegen wir zurück, oder? Waren wir da oben hier auf dem Stein schon? Müssen wir mal gucken. Einfach überall meine Spuren hinterlassen. Also, ich bin noch nicht voll. Dauert einen Moment. Okay, Leute. Ich werde jetzt zurückfliegen. Werde alles herstellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ich habe jetzt alles zusammengefarmt, was wir brauchen für unseren Motor, oder? Und jetzt wollen wir mal hier ersetzen. Kann ich das jetzt scannen? Bitte. Nein, kann ich nicht. Ich werde auf jeden Fall neue Elektronik brauchen, weil ich habe keine Elektronik mehr. Deswegen nehme ich die mal mit. Ich bin so traurig, dass ich das nicht reparieren kann. Jetzt habe ich das Falsche hergestellt. Okay, jetzt müsste ich aber eigentlich alles haben. Nee, jetzt habe ich... Jetzt habe ich tatsächlich das Falsche hergestellt. Eieieiei. Ich wusste halt, dass ich das nicht mehr habe. Nee. Nee. Ich müsste aber... Nee, ich habe das Kleberband gebraucht, ne? Zur Herstellung von dem Reparaturtool. Das ist jetzt echt peinlich. Das ist echt peinlich. Nein. Ähm. Ja, dickes Isolierband. Oh nein. Ich meine, andererseits, ich habe alles, aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo Gummi in der Nähe finde. Ähm. Huch. Ich gucke mal. Bei dem hier waren wir auch schon. Dich kennen wir auch schon. Okay. Ja, bleibt nichts an uns so übrig, als zurückzufliegen. Ich schneide das dann wieder raus. Oh, jetzt habe ich alles. Dat Reparatugeräte. So. Also, dann kann es ja jetzt losgehen. Dann müssen wir ja nur noch das eine da hinten reparieren. I doubt that this message is true. Crocodiles became extinct more than 50 years ago. Was? Da. Crocodile, da. Die sucht nach Freunden. Okay. Wow. Also, einige Sachen, die sieht man ja auch so gar nicht sofort. Da bin ich ja echt froh, dass der Raumanzug dann immer so ein bisschen, äh, ne, was dazu sagt. So, na dann. Oh Gott. Aber auch mein Glück, ja. Ich will mit dem Ding aber jetzt nicht fliegen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wahrscheinlich passiert wieder das Gleiche. Okay. Irgendwie, ich traue dem irgendwie nicht. Ich lasse mal alles so, wie es ist. Also, man soll halt irgendwie alles in die Kisten packen. Ich weiß halt, fliegen wir jetzt wirklich weg? Ich meine, ich habe jetzt vorher gespeichert. Wir werden ja sehen. Das ist es. Space, hier wir kommen. Start die Engine. Ach so. Oh. Oh. Gross. Jetzt pressen die Leere button. Hm. Uh. One more time. Missed again? Now. You didn't? Let's do it on the count of three. One. Three. You missed. Maybe it's some kind of a bug? Or perhaps you really should take this to be continued title seriously. Looks like it's the end. Enough already. It says to be continued. Can't you see? Really? It's quite evident that the console isn't working. What are you expecting from it? Oh, it worked. Now we're in for... Oh no. I'm sorry. Slightly malfunctioned in the audio chip. Ehrlich jetzt? I'm telling you. This is the end. We'll have to wait for the developers. I won't even comment on this. Okay, hartnäckig. Habe ich Erfolg bekommen. Also, gut. Aber ich finde es krass, dass das schon angezeigt wird. Aber, also dann sind wir ja fertig, ne? Dann sind wir durch. Was ist mit dem Kern passiert? Warum gibt es, äh, äh, konstante Explosionen? Äh, es wird weniger hell. Versuchst du zu stoppen? Ich sehe wenig Störung. Du kannst mein Signal finden und wir treffen uns endlich. Äh, ja. Ja, ähm. Wisst ihr, was ich gemein finde? Das ist halt wirklich hier. Dass es hier halt wirklich angezeigt wird, dass man das eigentlich klicken könnte. Man kann es aber nicht. Gut. Wir haben aber, glaube ich, noch nicht alle Erfolge. Ich denke mal, ich werde jetzt aber dann das, äh, Let's Play beenden und wir sehen uns, ähm, wieder, wenn, wenn es weitergeht. Ähm, da. So, wir haben hier noch Künstler. Äh, der Künstler kann jeden beleidigen und zeichnen. Denn in der Regel sieht dies gleichzeitig. Okay. Ausweicher. Fünfmal auf Raketengeschwindigkeit. Versteckte Errungenschaften. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier... Ein betragender Branche. Minus ein paar Mäuschen aus der Tasche. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du nicht geschummelt hast, dann hilfst du der Branche bei der Entwicklung. In irgendwelcher Weise wird unbedingt mit der richtigen... Okay. Okay. Also wir werden auf jeden Fall mal gucken. Ein Rebell. Du bist eine Rebell im Herzen, ein Rebell. Krass. Ah, okay. Ich muss die Kühe aufeinander stapeln. Alles klar. Alles klar. Okay. Ja. Ja. Ähm. Du hast ein Auto. Gut, das ist ja dann als nächstes... Also, ich habe auf jeden Fall noch nicht alles entdeckt. Ja. Aber wir haben es jetzt von der Geschichte her durchgespielt. Ich weiß nicht, ähm... Jetzt hier wild in der Weltgeschichte rumzufliegen und irgendwas zu suchen, ist, glaube ich, auch nicht gut. Ich denke mal, ich werde nur gucken, dass ich die ganzen Erfolge mache. Und wir können uns auf ein neues Let's Play freuen. Ich weiß noch nicht, was es wird. Wir wollten eigentlich, ähm... Zusammen... Oh Gott. So. Grounded spielen. Das war eigentlich so der Plan. Das war eigentlich geplant. Aber dadurch, dass die Kleine jetzt permanent zu Hause ist... Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie jetzt ab nächster Woche dann wieder gehen kann. Andererseits, ähm... Äh... Ist es mit dem Corona... Ja... Ich weiß nicht, ob das hier in der Gegend... Ob das so cool ist. Ähm... Die, 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 die Lehrerin von Divan ist jetzt auch, äh, an Corona verstorben. Und, äh... Ich bin ehrlich gesagt... Da wir die Möglichkeit haben, die Kleine zu Hause zu lassen, Am überlegen, ob wir sie einfach zu Hause lassen. Weil... Ja, weiß nicht. Das ist doch schon alles sehr, sehr hart. Und so die Überlegung, dass das, äh, vielleicht... Ähm... Wie, wie, wie wir krank werden könnten. Oder ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist halt einfach... Warum? Ja. Es ist jetzt sowieso alles sehr, sehr stressig für alle. Und... Gut. Das hat jetzt ein bisschen komisches Ende. Oh, Mann. Das wird alles gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Kommentieren. Vielen Dank, äh... Vielen Dank für euer Abo. Und, äh... Ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bye, bye.